Hallo, ich werde euch heute den Akkusauger Jet 70 von Samsung vorstellen. Er hat einen herausnehmbaren Akku mit 21,6 Volt, einem Staubbehälter von 800 Milliliter Fassungsvermögen, drei Zubehörteile, einmal eine kleine Düse, die verstellbar ist zum Pinsel, dann eine rotierende Turbobürste, eine kleine und eine verlängerbare Fugendüse, sodass man in jede Ecke kommt. Außerdem hat sie eine maximale Laufzeit von 40 Minuten und nur 3,5 Stunden zum Laden. Der Samsung hat drei unterschiedliche Stufen, die mittlere, Maximum und die minimale, sodass man für jeden Verschmutzungsgrad die richtige Saugkraft einstellen kann. Mit einem Knopfdruck geht der Behälter super leicht schon zu lösen und indem man dreht, kann man ihn schon entleeren. Und wenn ihr wirklich nicht zufrieden seid, könnt ihr bis zu 100 Tagen nach Kauf euer Geld von Samsung zurückverlangen und Samsung belohnt euch auch noch für den Kauf, falls ihr so begeistert sein solltet und davon gehe ich aus mit 50 Euro als Dankeschön. Wenn ihr mehr wissen wollt, kommt zu uns, euer Medimaks Team.